Was hört ihr denn, sag mal jetzt, ich komm mir mal zu, was hört man als, wie alt seid ihr, 6, 7? Was hört man da für Musik? Kannst du den Namen von der Band, sag du mal. Also ich bin 10 Jahre alt und ich weiß nicht, ob man in den 70er Jahren ist. Das ist, das ist auch 70er Jahre, was ihr gehört habt. Aber ich wollte wissen, was ihr für Musik hört. Die Namen von einer Lady Gaga zum Beispiel. Was hörst du? Ich höre gerne Lady Gaga. Genau, ich höre die auch gerne, sehe die noch nicht so gerne. Oder, ich meine, ich könnte ja perfekt Justin Bieber machen, oder? Das ist ja genauso ausgedrückt. Nein, es ist, wie nein. Das liebe kleine Schätzchen war gerade hier vorne und hat sich alle meine Entchen gemacht. Dann pass auf, dann machen wir das jetzt. Pass auf. Alle meine Entchen stimmen auf dem See, stimmen auf dem See. Höfchen in das Wasser, schön zu in die Höhe. Willst du das mal mitsingen? Willst du mit? Cool. Du singst mit, willst du das mal geschenkt haben? Hallo, guten Tag. Wer heißt du? Lisa. Lisa? Lisa, guck mal, komm mal zu mir. Darf ich dich an die Hand nehmen? Ja, guck mal hier. Komm, wir beiden singen mal alle meine Entchen. Ach, du willst auch nur an den Kopf. Was? Nee, pass auf. Guck mal, sollen wir mal zusammen singen alle meine Entchen? Guck mal, das ist ein Mikrofon, kennst du das? Da muss man rein singen. Guck mal, wir drehen uns mal zu Mama und Papa. Guck mal, da ist ein Mikrofon. Guck mal, wir drehen uns mal zu Mama und Papa. Guck mal, da ist ein Mikrofon. Meine Mädchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Höfchen in das Wasser, fast schön zu in die Höhe. Guck mal, Lisa, danke. Du brauchst noch was mitgehen, Lisa. Guck mal, Lisa. Guck mal, unser Fall da nicht runter. Guck mal, dann darfst du dir was raussuchen, was du schön findest. Wir haben auch so ein bisschen Glitzer. Ja, genau. Nimm dir zwei Stifte, wenn einer mal schlecht wird, hast du einen. Das ist gut. Und jetzt schön festhalten, wenn du hier runter gehst. Nur mal einen Applaus für die Lisa. Schön langsam. Schön langsam. Ich kenne auch noch so ein schönes Lied. Ich weiß nicht, ob der irgendwo das kennt. Erst kommt der Sonnenkäfer-Papa. Wer kennt das? Ken ich. Dann kommt die Sonnenkäfer-Papa. Ich hab nichts getrunken, ich schwöre. Kennst du das? Könntest du das mal singen? Du musst nicht, wenn du Lust hast. Kannst du das mal singen? Erst kommt der Sonnenkäfer-Papa. Dann kommt die Sonnenkäfer-Papa. Dann kommt die Sonnenkäfer-Papa. Und hinter drei Glanzkitzel-Klein. Die kleine Sonnenkinderlein. Und hinten drin ist Kitzel-Klein. Die Sonnenkäfer-Kinderlein. Guck mal, du konntest das. Und der Onkel Inge gar nicht. Könntest du dir auch was ausrufen? Dann soll ich dir was hier runterwerfen. Das ist zu gefährlich. Darf ich dir was runter? So, liebe Eltern, nochmal eine Zwischeninformation. Was? Zwischeninformation. Die Kinder bitte morgen Nachmittag um 8 Uhr wieder abholen. Nämlich so ein paar, die jetzt nach Hause gefahren sind. Und die Eltern, hoppala. So, guck mal hier. Dann haben wir zum Beispiel da einen Stift. Ein Käppi. Einen aufglasbaren Ball. Blümchen. Guck mal, ich mach das einfach mal so. Darf ich das mal so rüberwerfen? Ich komm mir langsam vor wie Michael Schanz hier oben. Und einmal so. Guck mal hier, ein Stift noch. Das macht keinen verletzt. Hör mal.